Grundsätzlich ist so eine Reise für alle möglich, von den Aktivitäten her. Wir haben drei Gruppen, die Wanderer, das sind die, die wirklich wandern wollen, dann haben wir die Genusswanderer, die sind ein wenig mit gemütlicher unterwegs, wo man auch mal zwischendurch im Foto halt macht, und dann gibt es auch die, die nicht wandern wollen, die bleiben dann jeweils an der Anlage gestellt. Ich bin sehr froh an die Möglichkeit, weil ich hätte es sonst dazu geneigt, mich vielleicht ein wenig zu überfordern. Für mich war es gut, dass ich in einer schneller Gruppe war, weil ich eigentlich gerne ein bisschen schneller unterwegs bin und kann es dann auch geniessen, noch nebendran mit Blümchen zu schauen und fotografieren und das reicht immer noch. Ich hoffe, die Zeit ist gut. Ja, das ist gut. Wie geht es? Also, schnell genug? Das ist gut. Ich habe entschieden, dass ich den normalen Huyck gehe. Ich bin ein reasonably guter Gehäuser, aber es gibt viele junge Leute auf dieser Reise. Und sie gehen viel schneller als ich. Also, ich bin sehr glücklich, dass ich den normalen Huyck gehe. Und es gibt dir Zeit, zu relaxieren, sehen Dinge, zu nehmen, 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 zu nehmen und zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen. Also, wenn ich einen schnellen Huyck gehe, kann ich das in der Schweiz machen, aber vielleicht nicht hier.